Das Richtstrahlbataillon 17 präsentiert sich der Bevölkerung in Appenzell. Das malerische Appenzell ist während Dreiertage die neunte Station der Wanderausstellung Deine Armee. Sonne pur und warme Temperaturen ziehen viele Besucher an. Wir sind zum Richtstrahlbataillon 17 und haben hier im WK auch die Aufgabe eine Publikumsausstellung durchzuführen. Es geht darum, dass wir uns als Kommunikationsdienstleister gegenüber der Völkerung präsentieren. Wir sind ein Bataillon zum Anlangen und darum ist es uns wichtig, hier in Appenzell nahe bei den Leuten zu sein. Die motivierte Truppe des Richtstrahlbataillons 17 hat auf dem Brauereiplatz ganze Arbeit geleistet. Es präsentiert den Besuchern seine Mittel und Aufgaben verständlich und auf spielerische Art. Ich finde es lässig, dass wir diese Plattform haben, dass wir einmal unsere Dienstleistungen zeigen können. Und das, was von den Leuten her zurückkommt, ist rundum positiv. Besonders das junge Publikum kommt an den zahlreichen Posten voll auf seine Kosten – vom ABC-Schutzanzug, über das Krankenbett und die neuesten Funkgeräte bis hin zum Radpanzer Piranha – beinahe alles kann hier ausprobiert und angefasst werden. Den Besuchern scheint es zu gefallen. Ich finde das sehr gut, die Präsentation. Man hat einen Überblick über das Ganze. Man sieht, was das Militär macht. Man hört immer noch in den Zeitungen, was die negativsten Angezahlen sind. Und so sieht man wirklich mal, was man macht und man kann es eins zu eins anschauen. Man bringt ein ganz anderes Bild hin, das man sonst immer nur hört. Ich finde es wirklich eine super Sache. Es ist erfolgsnah, es ist toll für die Kinder, es ist informativ und es gefällt uns. Es erstaunt mich eigentlich überhaupt nicht so viele Leute an dieser Ausstellung. Weil das zeigt, dass die Bevölkerung nach wie vor Interesse hat an der Armee, an der modernen und zukünftigen Armee. FUBRIGADE 41 SKS ist hier eigentlich prädestiniert. Denn wir haben in jedem Bataillon topmoderne Mittel. Es ist aber auch eine super Gelegenheit für FUBRIGADE zu zeigen, dass wir die Milizarmee leben. Unsere Angehörigen der Armee bringen so viel zu vieles Know-how mit. Und können das tagtäglich für die Sicherstellung des Auftrags einbringen. Nur einen kurzen Spaziergang durch die Hauptgasse entfernt, auf dem Landsgemeindeplatz, stehen die Informationszelte der Ausstellung Deine Armee, welche ebenfalls auf reges Interesse stossen. Ich finde es gut, dass man die Armee auch sieht und schaut, was sie alles macht. Ich finde es schön, dass man mal sieht, wie das wirklich ist und was für moderne Sachen das hat. Und überall für die Kinder, was sie erwarten. Ich finde es eine tolle Sache. Es war eine tolle Sache lecker, was sie jeden Tag acostumriere. Eine Untertitelung. BR 2018